Eine locker fluffige Flauschebotschaft von den Einhörnern. Deine innere Stimme ist ein weiser Ratgeber. Folge ihr und lausche ihrem Klang. Oder ist das dein Magen? Uh, grummel, grummel. Okay, wir brauchen erstmal Schokolade. Dann sehen wir weiter. Ja, hör mal auf deine innere Stimme. Was ist denn da los? Gibt es etwas zu entscheiden? Fühlst du dich irgendwo nicht mehr wohl? Ja, irgendetwas ist hier eine Herausforderung. Es bedarf etwas Ausdauer, Geduld. Der Rückzug, die Grenzen oder auch die Stagnation. Ja, es kann durchaus mal eine Pause eingelegt werden. Denn es dient zu deinem Wohle, zu deinem Schutz, dieser Stillstand. Um dann letztendlich in den Erfolg zu wandern mit guten Aussichten. Alles Liebe.